sehen. Spätestens seit dem Ergebnis der Grazer Gemeinderatswahl ist die Stimmung der KPÖ in die Höhe geschossen. Als weiterhin zweitstärkste Kraft in Graz atmet die Kommunistische Partei auf. Bei mir zu Gast zu diesem Ergebnis jetzt KPÖ-Landessprecher Didi Zacherlohn. Vielen Dank fürs Kommen. Danke vielmals für die Einladung. Ja, am Sonntag hat die KPÖ knapp über 20 Prozent eingefahren in Graz. Wie geht es Ihnen mit diesem Ergebnis, dass jeder Fünfte in der zweitgrößten Stadt Österreichs die KPÖ wählt? Es ist sehr erfreulich. Es ist auch sehr erfreulich, dass ja jetzt seit vielen Jahren schon die KPÖ in Graz solche erfreulichen Wahlergebnisse hat. Und ja, wir werden versuchen aus den Erfahrungen von Graz natürlich auch für Wien und für die anderen Landeshauptstädte zu lernen. Ja, Graz ist ja da wirklich alleine auf weiter Flur. Ist Graz da nicht ein bisschen gegen den Lauf der Zeit? Naja, wir haben kommunal, also in Linz haben wir auch eine Gemeinderätin. In Krems haben wir bei der letzten Gemeinderatswahl sieben Prozent erreicht. Wir haben hier in Wien fünf Bezirksräte. Also ein bisschen was geht schon, aber natürlich sind wir weit weg von 20 Prozent. Was denken Sie, was war denn in Graz ausschlaggebend? Kommunismus, das Thema Kommunismus an sich oder die Kandidatin? Also ich glaube, wichtig ist die tolle Arbeit von der LKK und auch schon davor die tolle Arbeit, die der Ernest Kaltenegger geleistet hat. Aber gute, engagierte Leute in der KPÖ findet man auch in anderen Orten und Bereichen. Ich glaube, was wichtig ist in Graz, war ja die KPÖ seit 1945 immer im Gemeinderat vertreten, was auch damit zu tun hat, dass man in Graz schon mit knapp zwei Prozent im Gemeinderat ist. In Wien braucht man ja bekanntlich sensationelle fünf Prozent. Und das hält schon immer wieder viele Leute ab, dann KPÖ zu wählen, weil sie meinen, was ihnen auch manchmal von den Meinungsumfragen und von Medien erzählt wird, das wäre dann eine verlorene Stimme. Jetzt ist das Thema Kommunismus an sich weckt bei vielen auch negative Konnotationen auf. Denken an Sowjetunion, Stalin oder sonstiges. Welches Vorbild, inwieweit ist denn das eigentlich ein Vorbild für die kommunistische Partei in Österreich? Also die KPÖ hat in ihrer jetzt fast hundertjährigen Geschichte natürlich Fehler gemacht. Und ein ganz großer Fehler war ganz sicherlich, dass man sich viel zu lange, viel zu wenig distanziert hat von dem, was in den realsozialistischen Ländern passiert ist und dass man viel zu wenig scharfe Worte gegenüber den Verbrechen des Stalinismus gefunden hat. Andererseits, also die Grundpositionen der KPÖ gehen ja viel weiter zurück auf Karl Marx und die Beginne der Arbeiterbewegung. Und also meiner Meinung nach sind die auch heutzutage noch sehr wichtig, wenn es zum Beispiel um die Frage soziale Gerechtigkeit geht. Sie haben ja vorher mit Ihrer Diskutantin gesprochen über die unvergleiche Vermögensverteilung weltweit und auch in Österreich. Und ich glaube, da sind diese marxistisch-kommunistischen Ideen auch heutzutags noch durchaus bedenkenswert. Sie sind Bezirksrat im 15. Bezirk. Was ist denn, woran sieht man denn Ihre Arbeit? Was ist denn möglich für die KPÖ in der Stadt Wien zu verändern? Naja, also erstens würde ich mal sagen, wir können Veränderungen mit beeinflussen, obwohl wir nicht im Gemeinderat sind. Also wir haben über viele Jahre hinweg gefordert, es braucht und soll einen Gratis-Kindergarten geben zum Beispiel, hat die SPÖ immer abgeblockt und dann vor der Wahl 2010 auf einmal hat der Bürgermeister Räupel gesagt, ja, das machen wir jetzt. Oder wir haben viele Jahre kritisiert, dass die Stadt Wien selber wieder Gemeindewohnungen errichten muss. Vor der letzten Wahl jetzt ist die SPÖ draufgekommen, ja, das ist eine gute Idee. Machen wir 2000. Das wurde zuerst angekündigt, dann hat man auf 4000 erhöht, was wichtig ist. Aber ganz konkret zur Frage, was ich zum Beispiel als Bezirksrat bewirken kann. Also wir haben jetzt gestartet oder werden starten, eine Initiative, wo es um die Entlastung der total überfüllten U6 geht und wo wir die Frage in den Raum stellen, ob nicht die Linie 8, die ehemalige Straßenbahnlinie wieder eröffnet werden sollte oder andere Alternativen zur Entlastung der völlig überfüllten U6. Jetzt ist bei der vergangenen Gemeinderatswahl in Wien die KPÖ als eigenständige Partei gar nicht mehr angetreten, sondern als Konglomerat unter Wien anders. Was bedeutet das eigentlich für die KPÖ? Ist das ein Scheitern oder ist das zukunftsträchtig? Nein, also wir sind seit vielen Jahrzehnten offen für Allianzen und für Zusammenarbeit mit anderen. Und das haben wir auch 2015 bei der Gemeinderatswahl in Wien gemacht und 2014 bei der EU-Wahl mit Europa anders, wo Martin Ehrenhauser der Spitzenkandidat war. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist ein großes Problem in Wien diese 5-Prozent-Hürde. Hätte Wien wirklich ein demokratisches Wahlrecht, es gibt 100 Gemeinderatssitze, dann müsste man mit einem Prozent ein Mandat haben. Aber ja, die Verfassung, die Stadtverfassung ist so, wie sie ist und die hat die SPÖ natürlich auch so gezimmert, damit sie ihre Macht erhalten kann. Was denken Sie, wie es weitergeht mit der KPÖ? Ich sage mal, Themen gibt es genug, Globalisierung, Finanzkrise, Freihandelsabkommen. Wo positioniert sich oder wie kann sich die KPÖ hier besser positionieren, sage ich mal? Also ich möchte die Message quasi hier an den Zuschauer, Zuschauerinnen aussenden. Wer dafür ist, dass in Wien und in Österreich Armut bekämpft wird, der findet in der KPÖ einen Bündnispartner, Bündnispartnerin und der sollte sich auch überlegen, bei der Wahl KPÖ zu wählen. Wer für leistbares wohnen ist, der kann und soll und müsste eigentlich KPÖ wählen. Wer dafür ist, dass die Superreichen und die Großkonzerne höhere Steuern bezahlen sollen, der sollte KPÖ wählen und dieses Argument mit der verlorenen Stimme außen vor lassen. Das möchten Sie nicht mehr hören. Und ich sage vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Danke vielmals. Danke vielmals.